Katharina Matz. Das Deutsche Theater bestätigt den Tod von Schauspielerin Katharina Matz. Vor wenigen Monaten hat sie mit uns voller Pläne ihren 90. Geburtstag gefeiert. Nun ist sie doch nach kurzer Krankheit von uns gegangen, heißt es auf der Webseite. Am 3. März verstarb sie in Berlin. Die Schauspielerin ist nicht nur für ihre Theaterkarriere bekannt, sie wird auch für ihre Auftritte in verschiedenen Filmen und TV-Produktionen in Erinnerung bleiben. Unter anderem war sie in Who Am I? Kein System ist sicher und dem Tatort zu sehen.